Es war, als ginge ich in eine Falle. Ich fühlte mich schuldig, als würde ich bei etwas ertappt. John, du musst verschwinden, er ist hinter dir her, er will dich haben, sie kommen näher. Die Vordertür war nicht verschlossen. Ich fragte mich, warum es hier nicht von Pennern und herrenlosen Hunden wimmelte. Kein Wunder. Das Fleisch, das Fleisch, ich glaube ich bin tot. Sie sind da, ich glaube ich bin tot. Hau an! Ich will euch wieder, ich will euch wieder. Der macht zu verrückt. Wir müssen sofort... Das Fleisch, das Fleisch! Ich glaube ich bin tot, ich bin mit tot. Ich weiß nicht, weiß nicht. Die Vergangenheit holt dich schleichend ein. Überall hört man bruchstückhafte Echos. Wie eine schlechte Wiederholung. Du hast jeden, der die Erinnerung weckt. Selbst, wenn es nur in deinem Kopf ist. Wenn Unterhaltung zu einer surrealen Reflexion deines Lebens wird, hast du Glück, wenn du darüber lachen kannst. Das Glück und ich waren uns fremd geworden. Vielleicht war es aber auch gar nicht lustig. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Eine Geisterbahn ist eine lineare Folge von Schrecken. Entweder oder ist die einzige Auswahl. Man stellt den freien Willen in Frage. Werden Entscheidungen für uns getroffen, weil wir sind, wer wir sind? John Mirror. Ja, das bin ich. Hier spricht John Mirror. Willkommen auf der nächsten Ebene. Ich war hinter den Kulissen. Es wurde immer wärmer. Bei unserer ersten Begegnung starb Monas Zwillingsschwester. So muss sich umgekehrte Schizophrenie anfühlen. Das andere Ich verstummt unerwartet. Wir beide hatten geliebte Menschen verloren. Monas Tür war verschlossen. Ich hätte klopfen können, aber ich wollte mich noch vorher ein wenig umschauen, meiner Paranoia nachgehen. Ich gab vor, ich hätte dabei eine Wahl. Waffen und Sprengstoffe in ihrem Arbeitszimmer ließen bezüglich ihrer Berufung keine Fragen offen. Wir müssen reden. Geben Sie mir bitte ein Handtuch? Jetzt wo Sie da sind, können Sie auch aufpassen, während ich mich anziehe. Alles, was Sie mir gesagt hatte, war, dass jemand uns tot sehen wollte. So wie Sie sich verhielt, war ich der Einzige, der hier in Gefahr war. Sie müssen mir schon mehr geben als das. Der innere Kreis. Und weiter? Der Geheimbund verfolgt jeden, der von seiner Existenz weiß. Nun mal halblang, können Sie es beweisen? Ich habe einen Kontaktmann. Er will reden. Alfred Worden? Nein. Wie auch immer, ich kann Sie zu ihm bringen. Sie sagte mir nicht die ganze Wahrheit. Gehen wir. Der Kreis geht zurück auf jahrhundertealte Freimaurerkulte. Korruption und Attentate reichen bis hinauf auf allerhöchste Ebene. Okay. Und ich dachte schon, Verschwörungstheorien seien außer Mode gekommen. Wir sind da. Und die auch. Ich bin der Einzige, der hier eine Kanone benutzt. Welche Etage? Sie sind hinter ihm her. Die Aufzüge funktionieren mit den Schlüsseln der Apartments und von diesem Pult aus. Sie haben die meisten auf den einzelnen Etagen blockiert. Die Wachen haben den Alarm ausgelöst, bevor sie starben. Dann müssen wir uns eben beeilen. Sollten wir nicht auf die Bullen warten? Hier. So können wir in Kontakt bleiben. Sie bedienen den Aufzug von hier aus? Ich gehe rauf. Ich gehe rauf. Sie sind der Chef. Ich habe die Gebäudepläne vor mir. Ich kann sie führen.